ich grüße euch da draußen meine aufgabe ist es heute euch einfach mal crowd 6 so ein bisschen näher zu bringen und vielleicht euch auch während des ganzen videos immer so ein bisschen die unterschiede aufzuzeigen zu fail to ban denn ganz ehrlich wer fällt man kennt der sollte heutzutage auch kraut erkennen und das ist glaube ich so die allererste frage die sich jetzt jeder stellt ist denn eigentlich kraut besser als fail to ban und ich sag mal so um die macher von kraut haben dafür einen eigenen artikel und ich muss sagen hut ab dass die wirklich den artikel auch so geschrieben haben denn er fängt schon mit der überschrift an fail to ban ist großartig aber keine sorge dieses aber ist auch gar nicht ganz so schlimm sondern die gehen hier wirklich auf die realität ein ich spreche natürlich durch ihr müsst das nicht lesen das wichtigste dabei ist einfach fail to ban ist halt eben schon ein bisschen älter macht aber gar nichts denn kraut arbeitet in der regel ich habe ganz genauso wie fällt man auch das wenn wir gleich sehen es ist halt aber halt einfach aus dem jahr 2004 alles passierte lokal und prem alles hat er sich halt eben aus den log dateien rausgezogen es war so ein bisschen statisch ist mit der zeit mitgewachsen aber jeder arbeitet halt eben so ein bisschen für sich alleine aber das sieht bei kraut hat ebenso ein bisschen anders aus und jetzt möchte ich halt erst mal natürlich wie ob wir immer mit euch durch die theorie durchgehen das geht leider nicht anders bevor ich euch das hardcore deep dive zeug zeige und wie das ganze zeug natürlich installieren dann lasst uns auch einfach mal bei dem ersten bild hier bleiben da kommt es gleich noch zwei bilder bei denn ich glaube die bilder sagen mehr als 1000 worte ganz ganz wichtig kraut sek arbeitet grundsätzlich erstmal schon genau so wie fehlt über also der guckt sich halt die server logs an der guckt sich cloud watch an der guckt ganz normal in eure log falls rein in euren engine x proxy manager guckt er in die logs rein in euren wordpress kann er halt eben in die log schauen auf eure ssh ebene in die out.log im war log ordner kann der ganz normal in den log reingucken in den syslog kann der ganz normal in den log reingucken und ihr merkt schon auch hier basiert halt eben sehr sehr viel ganz normal auf logs und dann steht da zum beispiel drin alles klar irgendjemand konnte sich nicht einloggen und das ganze durchläuft hat eben hier stets die ganze kraut 6 security engine und da passiert genau dasselbe im endeffekt wie bei fail to bun so wie ihr es halt eben kennt aber the magic ist natürlich nicht nur dass dann auf einmal eine ip-adresse einfach gesperrt wird weil sie sich dreimal falsch eingeloggt hat nein sondern vielmehr das ganze oder die ganzen daten werden halt eben erstmal bei euch on prem lokal ich glaube dafür ist dieses bildchen hier ein bisschen schöner einfach analysiert also geht durch den log prozessor und wird erstmal gesagt ist das irgendwie komisch ist das irgendwie nicht komisch ist die ip-adresse die da gekommen ist vielleicht doch schon irgendwie geblockt und er schickt halt eben diese daten einfach mal zum zentralen crowdsec server da wird erstmal geschaut alles klar kenne ich das irgendwoher erkennen wir da irgendwie muster greift da gerade irgendeiner großzügig an hat die ip-adresse irgendwie in den letzten 20 minuten hat eben irgendwelche faxen gemacht aber diese informationen stammen halt eben von allen jetzt kommt schon mal eine ganz wichtige sache die da draußen die ganzen datenschützer und so weiter das taucht doch irgendwo gleich in der dokumentation auf es werden wirklich lediglich source ip ich glaube zeitraum und was wird übertragen das heißt keine sorge nichts von eurem server an irgendwelchen informationen von eurem server weder daten noch sonstige informationen gehen halt eben ganz normal an crowd sex sondern wirklich nur die wichtigsten daten wie source ip was hat derjenige gemacht und wieso ist derjenige bei dir vor der wand gelaufen aber gehen wir wieder ein stückchen weiter beziehungsweise da wieder rein also ihr seht die kommunikation läuft dann zumindest einmal zwischen eurer lokalen api und halt eben der api ganz normal bei crowdsec hört sich jetzt kompliziert an für euch ist es ein einfaches ziel eitool und da unten kann man noch mal schön sehen dass das ganze sich natürlich auch einmal so richtig reinhängen kann ganz normal in eure applikationen die wir ja in unserem hosting bereich hat total häufig haben wie ganz normal wir haben eine firewall open sense pf sense ja kann man integrieren wir haben vielleicht eine webseite mit wordpress wir haben webseiten wo ein ganz normaler traffic davor hängt oder ein engine x proxy manager oder du nutzt cloudflare das ist halt eben alles irgendwie integriert in dieses ganze thema crowdsec und das kann man halt alles so davor klemmen und in seiner applikation einfach mit integrieren hier weil ich gerade erwähnt habe crowdsource aspect heißt wirklich hier source ip wird nur übertragen die das szenario worum es halt eben überhaupt geht hat derjenige ssh login gemacht und wann war das ganze wird halt eben wirklich nur zur zentralen api übertragen das heißt keine sorge sonst wird von euch erstmal gar nichts raus transportiert ich würde sagen steigen wir jetzt ein stückchen tiefer ein und überlegen jetzt erst einmal wie funktioniert das ganze denn auf meinem server also ihr seht es gibt ein ganz normales installation script ihr könnt nicht verkehrt machen einfach copy paste was passiert denn dann was dann passiert ist relativ klar auf eurem server wird ganz normal crowdsec installiert und ihr könnt ganz normal crowdsec diese crowdsec cli hier ganz normal benutzen und könnt euch alles mal alles mögliche anschauen dabei werden auch schon standard wie soll ich sagen standard collections halt ganz normal ausgerollt und was ist jetzt erstmal eine collection jetzt müsste jetzt müssen wir halt so ein bisschen wieder verstehen was macht crowdsec überhaupt also wir haben ja eben schon gelernt crowdsec ist gefühlt nichts anderes als fail to bun was macht fail to bun durchsucht alles mögliche an euren log dateien die ihr angegeben habe wo eventuell drin steht irgendjemand hat scheiße gebaut beziehungsweise macht vielleicht eine brutforce attacke das ganze wird hier so ein bisschen unter anderem ganz wichtig unter anderem unter collections zusammengebaut das heißt wenn wir hier einfach mal collections einfach mal ein list rein machen dann seht ihr hier dass in meinem crowdsec wie gesagt das ist standard gemäß sofort mit dabei da müsst ihr euch nicht darum kümmern zum beispiel hier das einfachste jetzt mit sshd ist hier ganz normal drin implementiert und läuft erstmal das heißt standard gemäß geht crowdsec hin hat hier eine ganz normale datei die ihr auch selbstverständlich editieren könnt also ihr könnt selbstverständlich hier in die datei reingehen und könnt noch ein paar optionen ändern und da seht ihr jetzt halt eben auch dass es einen parser gibt und hat eben ein szenario gibt in dieser collection ich weiß das sind ganz ganz viele wörter aber es ist extremst wichtig also eine kollektion ist eine zusammenstellung sozusagen von einzelnen szenarios die passieren können und das kann man sogar noch in dem sogenannten hub sich schon besser angucken dass wir nehmen jetzt auch das ff sh beispiel damit ihr versteht was das ist also wir sind ja immer noch am anfang das heißt ein attacker kommt bei euch auf dem server an und sagt ich habe mich jetzt fröhlich ein mit ssh so jetzt gucken wir mal in die ssh collection rein ihr seht es gibt nicht nur eine aber das hier ist diese haupt collections namen ssh d und wenn wir jetzt hier reinschauen müsste mal ganz unten am bildschirm an gucken da steht jetzt sowas von wegen content und da gibt es jetzt drei verschiedene szenarios ich glaube das rechte seht ihr gar nicht doch seht ihr wohl was halt eben passieren kann und was er halt eben analysiert und wenn man da dann wiederum drauf drückt kann man sogar sehen was er da analysiert und mit welchen patterns der halt eben in den log dateien rum schaut zum beispiel hier auf der rechten seite haben wir detect slow ssh brute force attacken also hier ist sozusagen das skript was detected wenn irgendjemand versucht dich langsam zu brut forsen und nicht vollgas gibt zum beispiel oder allgemein sshd logs da seht ihr schon connection reviews und invalid user und so weiter und so weiter das sind die ganzen petten patterns die ihr halt eben durch arbeitet um halt eben zu sagen irgendwas stimmt mit der und der ip-adresse nicht die hier sich gerade die ganze zeit versucht irgendwie einzulocken das heißt also wir sind jetzt hier erstmal im kompletten detection mode und das ist auch das was krauseck erstmal standard gemäß nur macht einfach nur die tekten geblockt ist bis zu diesem zeitpunkt jetzt hier noch gar nichts jetzt habe ich euch gerade gesagt geblockt ist bisher noch gar nichts und darum will wir uns jetzt kümmern wir gehen zurück zur documentation und da gibt es jetzt diesen schönen punkt namens remediation components und das ist jetzt und das ist auch mit einer der faszinierendsten sachen jetzt an krauseck und da wo halt eben fällt man halt eben leider gottes aufhört wir haben ja jetzt gerade schon gelernt wenn uns irgendwas auffällt reporten wir das zu einer zentralen stelle nach krauseck das heißt wir bekommen eigentlich vom zentralen server gesagt ist diese ip-adresse jetzt böse oder nicht aber wer kümmert sich denn eigentlich jetzt darum halt eben diese ganzen bösewichte sozusagen weg zu blocken und da haben wir bisher immer den weg gehabt der ist auch aus meiner sicht immer noch der richtige brauchen wir halt eben die sogenannten bounce ich weiß es ist schwierig weil krauseck haut immer mit verschiedenen wörtern collection und parser und bouncer um sich herum es ist halt eben schwierig aber bisher haben wir uns leider nur darum gekümmert um die detection und um das reporting aber jetzt müssen wir uns ja darum kümmern wer ist bei euch auf dem server dafür verantwortlich dass etwas weg geblockt wird und das ist in dem falle der sogenannte bounce und ihr seht schon auf der linken seite die liste ist lang wir bleiben jetzt erstmal beim standard bouncer und der seht ja schon der standard bouncer umfasst halt eben zum beispiel ip tables oder auch pf manche leute von euch da draußen die auch meine videos gucken wurden gerade ein bisschen hellhörig wo ich pf gesagt habe was läuft hinter pf open sense pf sense und so weiter ja auch da können wir krauseck halt eben einsetzen aber dazu kommen wir mal zu einem ganz späteren zeitpunkt bleiben erstmal beim wichtigsten bei den ip tables also das heißt man muss halt eben diesen bouncer nachher noch nach installieren das ist ja kein thema weil ihr sollt ihr entscheiden womit und auf welcher ebene auf welcher ebene auch auf usi layer schicht hat eben angefangen wird zu blocken das ist natürlich hier firewall technisch ist natürlich usi schicht layer 3 boom knallhart eine ip-adresse wird einfach weg geblockt und wenn ihr api adresse auf der blog list sind dann wird sie halt eben weg geblockt und das passiert hier auch zeige ich euch krautzeit geht halt eben hin und macht nichts anderes dass der halt eben auch lokale ip listen sich rein pfeift jetzt habe ich gerade der befehl gesucht aber der befehl ist ip set list und da seht ihr jetzt das ganze mal krautzeit halt eben sich eine liste anlegt mit ip adressen ganz normal bei euch heißt auch krautzeit in dem falle jetzt für ipv6 hier oben ist die liste für ipv4 und der hackt er einfach oder die hat er halt eben einfach in eure ip tables rein also machen wir einfach so ip tables minus l und da steht jetzt auch einfach drop all alle die from anywhere von wegen match set krautzeit blacklist source das heißt alle die auf dieser liste sitzen werden jetzt halt eben ganz normal von krautzeit weg geblockt aber jetzt ist natürlich liste weil die stellt sich denn diese liste irgendwie jetzt überhaupt zusammen wir haben gelernt die werden jetzt ja einfach weg geblockt und auch hier sind wir jetzt einfach wieder an einem szenario angekommen wo krautzeit einfach ja weiter voraus ist versus fail to ban denn diese liste ist einfach dynamisch so was meine ich jetzt mit dynamisch das ist das hier in dem man einfach mal den csc also krautzeit befehl aufruft und einfach mal sagt zeigt mir noch mal die ganzen metriken an das kann man sich natürlich an zehn anderen stellen auch noch alles anzeigen lassen dann seht ihr jetzt hier zum beispiel das einfach in verschiedenen api decisions beziehungsweise in collections sozusagen halt eben verschiedene bands mit verschiedenen ip adressen drinstehen wenn ihr die aktiv haben solltet bekommt ihr die natürlich auch von krautzeit das heißt gucken wir mal wo unser ssh ist da haben was krautzeit security das ist ja die collection auch die wir hier anhaben und das heißt alleine in dieser liste in dieser collection sozusagen stehen jetzt gerade einfach mal 5241 ip adressen drin die gebannt sind jetzt könnte schon mal einer sagen wieder ist ja sehr wenig irgendwie wenn ich mir so spamhaus und sowas alles irgendwie angucke da stehen ja ganze riesige ganze tabellen ganze netze drauf und hunderttausende von ip adressen und so weiter ja das ist aber halt eben auch der nachteil von irgendwelchen statischen listen die vielleicht mal ein bisschen nachgepflegt werden das hier wovon wir jetzt hier reden das passiert halt einfach auch richtig dynamisch das heißt die adresse wird nicht zwingend sofort für die alle ewigkeit ausgesperrt sondern es wird halt aktiv geschaut alles klar wo wann wie was welche ip adresse ist wie böse und welche ip adresse spiel ich halt eben wann und wie lange halt eben aus und das ganze ist einfach mehr zeitgemäß als einfach ewig lange listen na klar wenn man weiß man hat eine liste die ist wirklich sauber dann kann man die immer noch einspielen aber trotzdem das da sind halt eben auch ip adressen die von haut auf morgen auf dem boden aufgeploppt sind und die werden halt eben bei krause gemeinsam in der community weggeblockt jetzt hatte ich euch ja gerade das beispiel gegeben hat mit dem sshd und ihr könnt natürlich auch selber hier ganz normal ins hub reinschauen und euch die ganzen collections angucken da stehen natürlich ohne ende sachen drin was man halt eben auch alles so im internet stehen hat zum absichern selbst ich habe schon noch nicht angeguckt aber schaut mal hier unten engine x proxy manager ist auf jeden fall etwas was man sich mal definitiv tiefer angucken müsste aber was hat auch supergeil ist und daher kam ich ja gerade sind halt eben die verschiedenen bounce ich bleibe jetzt mal nicht auf der seite sondern ich gebe mal besser wieder in die docs denn wir können das ganze nicht nur auf osi schicht layer 3 also ip adressen basis blocken sondern wir können halt eben den crowd auch auf applikationsebene einhängen also zum beispiel wenn wir jetzt einfach mal hingehen und sagen php dann können wir uns so tief ins php reinhängen dass das wir gar nicht auf firewall eben nur uns weg blocken sondern dass wir halt eben auf php oder auf irgendeiner php library halt eben sagt immer irgendwie der kollege ist komisch und dann kann man zum beispiel solche webseiten da anzeigen lassen so von wegen also irgendwas stimmt mit dir nicht ich will ich auf meiner webseite irgendwie nicht drauf lassen weil ich glaube du machst irgendwie böse sachen dafür gibt es manchmal argumente so was zu tun dann seht ihr ja auch dann gibt es halt nur lösungen wie halt ebenso ein capture ihr kennt das da gibt es häufig mal bei cloud flair oder sonst was da seht ihr also schon auf welchem level hier crowdsec unterwegs ist dass man sich halt eben auch auf dieser ebene ganz normal mit ein klinken kann und das ist sehr geil und sehr geil ist es natürlich auch wenn man zum beispiel solche sachen machen kann wie man hängt sich direkt ins cloud flair in euer dns quasi ein das heißt ihr kommuniziert mit mit eurem crowdsec direkt mit cloud flair mein gott schwierige beruflichkeit und sagt hier über euren cloud flair account wo ihr euch dann natürlich mit eurer api und so weiter dann authentifiziert hör mal hängen mir diese blogdaten quasi schon vor meinem server im dns ja wie rein damit selbst da hat eben schon kein blödsinn passieren kann also ihr merkt schon dieses ganze thema ist total groß ich werde euch natürlich im nächsten video diesen ganzen installation step einmal zeigen aber ich wollte zumindest einmal sehen und euch mitteilen wie das ganze halt funktioniert und es gibt es gleich noch eine kleine zusammenfassung noch mal einen wichtigen hinweis hier von diesem ganzen hetzler thema wo ich auch gerade meine crowdsec maschine gerade stehen habe da gibt es natürlich einen nachteil ich habe den nachteil ich kann jetzt mal eine schöne firewall aktivieren aber ich habe halt einen dienstlauf nennen wir ihn einfach mal mein web server und mit meinem web server kann ich halt eben hier ja zwar ip adressen auf port 80 freigeben aber ich kann hier nur per hand irgendwelche ip adressen blocken die ich vielleicht gar nicht blocken will und so weiter und so weiter das heißt ich bin hier auf dieser ebene zwar sehr weit vor meinem server wo ich alle anderen port zu machen kann aber was ist mit meinem port der halt eben einfach ein web dienst wie hier zum beispiel ganz normal auf php basis irgendein web server halt eben anbietet da kann ich halt einfach bei meinem server anbieter ja nicht einfach alles gnadenlos blocken weil ich weiß ja nicht welche ip adressen kommen also brauche ich eine lösung wie crowdsec gut fasse ich noch mal einmal zusammen das echt wichtig also einmal ganz gut zuhören crowdsec ist quasi das fail to ban einfach aus dem jahr 2023 gibt es mittlerweile auch schon zwei drei vier fünf jahre oder sowas spielt auch keine rolle als allererstes ihr müsst wissen crowdsec funktioniert genauso es werden sich logs angeguckt es werden noch weitere log sich angeschaut es werden sich noch datenbanken angeschaut alles möglich keine frage das wird alles lokal erstmal bei euch analysiert damit passiert gar nichts auf irgendwelchen crowdsec server das passiert lokal lokal wird auch ausgewertet irgendwie war das böse was da passiert ist das passiert alles mit den ganz normalen parsern und über diese ganzen collection datenbanken das liegt alles bei euch on prem und das wird auch alles bei euch on prem ganz normal entschieden die einzige sache die hat übertragen wird wird die ip-adresse wenn ihr sagt da ist etwas doofes passiert wird halt ip-adresse und was ist passiert übertragen ganz normal das ganze wird von einem zentralen crowdsec server noch mal sich angeschaut zentral wird entschieden mit allen zusammen alles klar die ip-adresse ist böse die ip-adresse kommt weg die ip-adresse kommt ganz mal auf die bloglist ihr profitiert von der ip-adresse alle anderen profitieren von dieser ip-adresse weil die ip-adresse ist ja ganz so mal böse und ganz wichtig noch mal wir reden hier nicht über bannlisten wo drauf steht every time for your life sondern da steht vielleicht sogar nur drauf mal bitte nur die nächsten drei stunden oder sowas das wird nämlich relativ klein gehalten und jetzt zum wichtigsten part und das ist glaube ich mit einer der allerwichtigsten parts von crowdsec ist halt eben nachher auf der anderen seite der bouncer derjenige der halt eben wirklich sagt wo und wann ist hier feierabend und da haben wir schon gesehen es gibt firewall lösungen und es gibt applikationslösungen ich bin natürlich der firewall mensch keine frage weil lieber vorher weg blocken als halt eben bei meiner applikation das ist halt schon einen stritt weiter aber wir werden uns natürlich mit beidem beschäftigen deiner aufgabe ist es jetzt unten in die kommentare zu schreiben welche integration dich am meisten interessieren würde und dann kann ich mich vielleicht darauf einstellen was ihr am liebsten wollt so viel gerede ich bereite jetzt das nächste video ganz langsam vor damit ich euch diesen ganzen installationsweg einrichtungsweg technischer deep dive erkläre aber ganz wichtig dieses video war wichtig damit man überhaupt erst mal versteht wie funktioniert crowdsec so wenn euch das video gefallen hat daumen hoch da lassen würde mich freuen und wir sehen uns im nächsten video haut rein